Hi, ich bin Annika von iDoc und in diesem Video zeige ich dir, wie du das Display deines Galaxy A53 ganz einfach selbst austauschen kannst. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich an dieser Stelle einmal für eure Unterstützung und das Vertrauen in diesen Kanal bedanken. Unsere YouTube-Statistik zeigt allerdings, dass ganze 98% von euch diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Wenn du auch dazu gehörst, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du das an dieser Stelle einmal nachholst. So unterstützt du nicht nur diesen Kanal, sondern verpasst auch keines unserer Videos mehr. Der Displaytausch ist beim Galaxy A53 5G die aufwendigste Reparatur, da dafür alle Komponenten inklusive dem Akku ausgebaut werden müssen. Plane für die Reparatur etwa 90 bis 120 Minuten ein. Du benötigst die folgenden Werkzeuge. Zusätzlich können diese Tools hilfreich sein. Alle Werkzeuge sowie ein originales Ersatzdisplay findest du in unserem Online-Store auf iDoc.eu. Die Links dazu haben wir dir in die Infobox gepackt. Vergiss vor der Reparatur nicht, dein Smartphone auszuschalten, um einen potenziellen Kurzschluss zu vermeiden. Halte dazu die Funktions- und Laser-Taste für einige Sekunden gleichzeitig gedrückt. Das A53 wird über das stark verklebte Backcover geöffnet. Um es abnehmen zu können, musst du es zunächst für ein paar Minuten erwärmen. Nutze dazu einen Heißluftfön oder einen normalen Haartrockner. Beachte, dass die angegebene IP-Zertifizierung nach dem Öffnen verfällt. Ist das Backcover ausreichend erwärmt, setze einen Saugnopf an seinem unteren Rand an und ziehe ihn kräftig nach oben. So erzeugst du einen schmalen Spalt zwischen Backcover und Displayeinheit. Führe gleichzeitig ein flaches Black drum in den Spalt ein. Solltest du damit Schwierigkeiten haben, kann das Airflex beim ersten Einführen helfen. Es besteht aus dünnem Metall und lässt sich durch seine scharfen Kanten besonders einfach einführen. Um nichts zu zerkratzen, solltest du aber so früh wie möglich wieder zu einem Werkzeug aus Kunststoff wechseln. Alternativ zum Saugnapf können wir das Airslag empfehlen. Durch seine Hebelwirkung musst du weniger Kraft aufwenden, um das Backcover anzuheben. Ist der Anfang gemacht, löse das Backcover mit deinem Werkzeug Stück für Stück vom restlichen Gehäuse. Lasse in regelmäßigen Abständen flache Plektren an den gelösten Stellen stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann. Um dir das Lösen zu erleichtern, kannst du den Backcoverrand zwischendurch immer wieder erwärmen. Rund um das Kameramodul empfehlen wir dir, ein Hartplastik-Plektrum zu verwenden. Durch die abgerundeten Ecken kannst du es nicht zu tief einführen und läufst damit nicht Gefahr, die empfindlichen Kameraobjektive zu beschädigen. Ist das Backcover vollständig gelöst, kannst du Saugnapf und Plektren entfernen und es abnehmen. Entferne im nächsten Schritt die Kunststoffabdeckung über der Hauptplatine. Löse dazu zunächst die 8 Phillips-Schrauben, mit denen sie fixiert ist. Um die kleinen Schrauben nicht zu verlieren, empfehlen wir es dir, eine Magnetmatte zu verwenden. Ein kleiner Pfeil und eine Aussparung am Bauteil zeigen dir an, wo du dein Werkzeug am besten ansetzen kannst, um die Abdeckung dann herauszuhebeln. Wir nutzen dazu das spitze Ende eines ESD-Spudgers. Nun liegt der Akku frei und du kannst ihn trennen. Trenne den Akkukonnektor grundsätzlich so früh wie möglich, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Gehe dabei behutsam vor, um keine kleinen Bauteile auf der Platine zu beschädigen. Weiter geht es mit dem Lautsprecher. Dieser ist mit 7 Phillips-Schrauben befestigt. Drehe die Schrauben heraus. Hebe ihn anschließend aus seiner Führung. Entferne nun das Verbindungskabel über dem Akku. Trenne dazu seine drei Konnektoren und nimm es aus dem Gerät. Nun kannst du damit beginnen, den Akku auszubauen. Dieser ist stark verklebt und muss deshalb im Vorfeld für ein paar Minuten erwärmt werden. Erwärme den Akku dabei aber nie direkt, sondern immer nur vom Gehäuserand oder der Displayseite aus. Hat sich der Kleber etwas verflüssigt, kannst du einen Akku-Spudger ansetzen und ihn vorsichtig nach oben hebeln. Probiere selbst, von welcher Seite aus er sich am besten lösen lässt. Sobald der Akku etwas angehoben ist, kannst du ein flaches Kunststoffwerkzeug wie das i-Plastics unter den Akku schieben. Arbeite dich mit dem Werkzeug Stück für Stück vor, indem du es mit einer Schneidebewegung immer weiter unter den Akku schiebst, bis dieser vollständig gelöst ist. Auf der Rückseite des Akkus erkennst du jetzt schön die großflächige Verklebung. Als nächstes musst du die Frontkamera entfernen. Trenne dazu ihren Connector von der Hauptplatine. Da sie nicht verklebt ist, kannst du sie im Anschluss direkt aus dem Gerät nehmen. Trenne nun die beiden Antennenkabel von der USB- und Hauptplatine. Wir empfehlen dir zum Lösen der kleinen Metallstecker eine Pinzette zu verwenden. Diese muss aber unbedingt ESD-zertifiziert sein, um keine Schäden an der Platine zu verursachen. Sind die Konnektoren getrennt, kannst du die Kabel aus ihrer Führung ziehen. An dieser Stelle kannst du nun die Hauptplatine ausbauen. Beginne damit, die einzelne Phillips-Schraube herauszudrehen, mit der sie fixiert ist. Hebel sie danach aus ihrer Führung. Gehe dabei behutsam vor, um das angeschlossene Kameramodul nicht zu beschädigen. Entferne den Vibrationsmotor. Dieser ist leicht verklebt. Um ihn besser lösen zu können, kannst du ihn deshalb kurz mit heißer Luft erwärmen. Fahre anschließend mit einer Pinzette unter den Motor, um ihn vom Gehäuseboden zu trennen. Weiter geht es mit dem leicht verklebten Displaykabel. Erwärme es kurz und löse es anschließend vorsichtig von der USB-Platine. Bevor du die USB-Platine ausbauen kannst, musst du zunächst den SIM-Kartenhalter entfernen. Drücke dazu mit einem SIM-Tool in die kleine Öffnung des SIM-Kartenhalters, um diesen aus dem Gehäuserahmen zu drücken. Ziehe ihn dann vollständig heraus. Trenne den Connector des Fingerabdrucksensors von der Platine. Löse danach noch die zwei Philips-Schrauben, mit denen sie fixiert ist. Im Anschluss kannst du die USB-Platine dann heraushebeln. Auch der Fingerabdrucksensor muss für den Displaytausch übernommen werden. Erwärme ihn kurz mit heißer Luft, damit sich der verklebte Sensor leichter lösen lässt. Auch hier nimmst du am besten wieder eine ESD-Pinzette. Ein originales Ersatzdisplay für dein Galaxy A53 5G und das passende Werkzeug findest du in unserem Online-Store auf idoc.eu. Bereite dein Ersatzdisplay vor, indem du alle Siegel und Schutzfolien von der Innenseite abziehst. Zum Schutz vor Kratzern kannst du die Schutzfolie auf dem Displayglas bis zum Ende der Reparatur dranlassen. Setze zuerst den Fingerabdrucksensor in die neue Displayeinheit. Drücke ihn fest, damit sich der Restkleber wieder verbinden kann. Es folgt die USB-Platine. Damit sie eben sitzt, muss ich die Ladebuchse richtig in den Gehäuserahmen einfügen. Fixiere sie mit den beiden Philips-Schrauben. Schließe dann den Connector des Fingerabdrucksensors wieder vorsichtig auf der Platine an. Er muss höher und spürbar einrasten. Sei beim Anschließen von Konnektoren besonders vorsichtig und drücke sie nie mit Gewalt fest. Eine Beschädigung kann zum Ausfall eines ganzen Bauteils führen. Setze den SIM-Kartenhalter wieder ein. Achte dabei darauf, ihn richtig herum einzuführen. Drücke das Displaykabel wieder auf der USB-Platine fest. Setze danach den Vibrationsmotor zurück in seine Führung und drücke ihn fest. Fahre mit der Hauptplatine fort. Gehe beim Einsetzen behutsam vor, um das angeschlossene Kameramodul nicht zu beschädigen. Setze die Platine überall eben, kannst du sie verschrauben. Bringe nun die beiden Antennenkabel wieder an. Beginne mit dem weißen Kabel. Drücke den kleinen Metallstecker vorsichtig auf der Hauptplatine fest. Schiebe das Kabel dann zurück in die Führung im Gehäuserand. Drücke anschließend den zweiten Konnektor auf der USB-Platine fest. Verfahre mit dem schwarzen Antennenkabel genauso. Die Metallstecker sitzen richtig, wenn sie höher und spürbar eingerastet sind. Setze die Frontkamera wieder ein und drücke ihren Konnektor auf der Hauptplatine fest. Es folgt der Akku. Setze ihn zurück in seine Führung und drücke ihn fest. Der Restkleber auf der Rückseite reicht normalerweise aus, um ihn wieder sicher zu befestigen. Positioniere das Verbindungskabel über dem Akku. Die Beschriftung auf dem Kabel hilft dir bei der Ausrichtung. Drücke seine drei Konnektoren vorsichtig auf der USB- und Hauptplatine fest. Setze den Lautsprecher wieder ein. Seine Plastiknasen müssen sich in den Gehäuserahmen einfügen. Setzt der Lautsprecher eben, kannst du ihn verschrauben. Schließe an dieser Stelle den Akku an. Den Akku solltest du immer so spät wie möglich anschließen, um keinen Kurzschluss zu riskieren. Bringe die Platinenabdeckung wieder an. Damit sie eben sitzt, müssen sich ihre Kunststoffnasen in den Gehäuserahmen einfügen. Tun sie das nicht, sitzt womöglich die Platine nicht ganz eben. Verschraube die Abdeckung mit den acht Philips-Schrauben. Bevor du dein A53 wieder endgültig verschließt, empfehlen wir es dir, das Ersatzdisplay an dieser Stelle zunächst einmal zu testen. Schalte dein Gerät dazu ein. Ziehe dann eine App kreuz und quer über den Bildschirm, um zu schauen, ob der Touch überall reagiert. Teste weitere Funktionen, indem du das Samsung-Testmenü aufrufst. Unsere Checkliste hilft dir, beim Testen den Überblick zu behalten. Wir verlinken sie dir in der Infobox. Wenn etwas nicht richtig funktioniert, kontrolliere noch einmal, ob alle Bauteile richtig angeschlossen und verschraubt sind. Ist alles in Ordnung, kannst du das Backcover wieder verkleben. Ist der Kleberahmen noch gut erhalten, kannst du ihn einfach wiederverwenden. Weißt er Mängel auf oder klebt nicht mehr richtig, solltest du ihn entfernen und einen neuen anbringen. Richte den neuen Kleberahmen am Backcover aus. Die Aussparungen in der Folie helfen dir dabei. Entferne die Trägerfolie des Kleberahmens und drücke ihn dann entlang des Backcover-Rands fest. Du kannst dir dazu zum Beispiel einen Spudger zur Hilfe nehmen. Sitzt der Kleberahmen richtig, ziehe die verbleibende Schutzfolie ab. Bringe nun das Backcover wieder über der Displayeinheit an. Drücke es entlang des Rahmens fest, sodass es überall eben sitzt. Damit sich der Kleber wieder richtig verbindet, solltest du den Rand des Backcovers noch für ein paar Minuten erwärmen und anschließend mit ein paar Büchern beschweren. Du hast es geschafft! Das Display deines Galaxy A53 5G sieht jetzt wieder aus wie neu. Ich hoffe, die Reparatur deines Galaxy A53 war erfolgreich. Wenn dir diese Anleitung weitergeholfen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal! Hochwertiges Werkzeug, Ersatzteile und Zubehör für deine Smartphone-Reparatur findest du bei uns im Store. iDoc – Alles für dein Smartphone. Mehr Reparaturanleitungen und weitere hilfreiche Videos findest du hier. Sie machen uns, bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020